Aber hey, man kann nicht behaupten, ein Amerikaner tut gar nichts. Also, äh, er nervt. Auf Übelste. Und stürt die ganze Zeit Spürung von den Russen. WTF, warum tut mich der Russe so... Feinden sich in Sapporo. Ja, meinst du jetzt etwa ernsthaft, dass du dich da oben festbeißen kannst? Wenn ja, hast du dich geschnitten. Wo hat er noch mehr Truppen hergeholt? Können nur von da sein. Halt. Ich kenne diese Flotte. Und ich habe gerade zwei Schlachtschiffe versenkt. Sack. Auf geht's. Hm, mir gefällt sich, dass Tokio unbewacht ist. Muss ich jetzt also ernsthaft meine eigenen Provinzen schon mich verteidigen? Uh, wurde versenkt. Hupla. Hupla, ja. Ups. 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 Ja, jetzt wirst du dreist. So langsam gerät's außer Kontrolle. Bis vor kurzem würde ich noch sagen, alles ist in bester Ordnung. Aber jetzt gerät's langsam außer Kontrolle. Guck mal, wer da wieder ist. Wo hat er denn den ganzen Flugsanträger her? Hat er sich jetzt aus dem Atlantik rübergezogen? Also so schnell wie ich Flugsanträger produzieren kann ich meinen Amerikaner. Auch wenn er dafür nicht alles in den Arsch geschoben bekommt. Ab da hat er sich zurückgezogen. Sieh mal an. Was ist denn? Ach, die flattest immer noch. Ist doch noch ein Träger. Ja, und der ist fast kaputt. Dann machen wir ihn auch ganz kaputt. Ich weiß ja, wohin er sich zurückzieht. Hm, er zieht sich weiter zurück. Den jage ich. Den will ich knacken. Okay, weiter nach Süden. Hast du denn einen Stützpunkt echt bei Palau? Das ist jetzt eine große Preisfrage. Wo hat er seinen Stützpunkt? Das sieht mir irgendwie nach da aus. Ah, aber er geht weiter bis zu seinem Endhafen. Also den kriege ich so nicht. Na gut, dann wieder zurück. Ich muss erst mal schauen, dass ich meine Insel wieder unter Kontrolle habe. Alter, ist der dreist. Hat der gar nicht klar, so eine Scheiße. Der wusste, nichts klingt besser. Der ist ja genauso dreist. Er hat seinen Truppen die ganze Zeit gesammelt. Er hat die ganze Zeit geguckt, was habe ich so? Wo habe ich weniger? Weil ich bewege ja meinen Truppen nicht richtig. Und er schlägt dazu wie ein Penner. Und ja, Markus, ich stopfte den Leichen Tencho voll. Bis oben hin, bis zum Dach. Geht das? Ja, es geht. So, gib mich meine Insel wieder, du Penner. Oh, jetzt nutzt du mich aber, oder? Jetzt nutzt er mich. Jetzt will der sich ja festbeißen, der Penner. Du setzt dich da, du beißt dich da nicht fest. Ich hole mir meine Insel wieder, du wirst es schon sehen. Wo ist eine Marineinfanterie, wenn man sie mal braucht? Fuck you, wie Jeans die das? Ja, da war schon wieder was gewesen. Die Krise mit dem scheiß Amerikaner. Warum ist die Musik jetzt so übelst laut? Stimmung aufbauen, bedrohlich sein, ist klar mit Panzern. Und der Typ war halt auch noch gay. Willst du dich verarschen? Der teilt mich doch ohne Ende, Amerikaner. Was ist, wenn ich Folgendes versuche? Einmal hier direkt zu landen mit meinen Truppen und gleichzeitig... Ach, wir müssen da rüber. Dann gehst du halt von da rüber und gleichzeitig mit den Landtruppen anzugreifen. Das sollte funktionieren. Gehen sie raus. Gehen sie an. Sieht doch ganz nett aus. Wenn der Panzer mal endlich mal Organisation verlieren würde. Ja, das funktioniert. Ja, bis er den nächsten Panzer ranholt. Willst du mich verarschen, oder was? Der Panzer wult jetzt alles, oder wie? Wir sind die Kavallerie. Fickens Knie. Wie heißt der eigentlich? Thunderbolt. Hm. Ich hab ein leichtes... Wo kommt die ganzen Truppen da von dem her? Der netzt sich mich doch. Der cheatet doch selber. Der Typ cheatet doch selber. Gib's doch zu. Der weiß doch ganz genau, wann ich meine Flotte wie bewege. Das Problem am Doomsday ist, wenn der American sich irgendwann mal irgendwo festgebissen hat, ja? Der hortet da Truppen an. Der setzt da so viele Truppen dahin. Das glaubst du nur noch nicht. Was will der Trainer bei mir? Wie kommt der überhaupt hier hin? Cheetah-Kai, du hast ge... W-w-w-w-w-w-w. Warum Italien? Wie, warum, wie? Das ergibt keinen Sinn. Ich hasse diese Cheetah-Kai. Vor allem bei Doomsday. Wie soll der Trainer hinkommen? Er hat keinen Schutzpunkt, dass er es schaffen kann, von der Entfernung her. Genauso wie der Amerikaner. Wie wird er es schaffen, hier anzulanden? Das kann er nicht. Ja, aber er schafft es noch nicht. Ich habe den ganzen Pazifik unter Kontrolle gehabt, außer die japanischen Inseln, aber die waren mir halt egal. Der Amerikaner war übrigens auch nicht in den Krieg mit mir, der war nicht im Bündnis mit den Briten. Ich hatte den ganzen Pazifik unter Kontrolle gehabt, also nichts mehr mit Frankreich oder Großbritannien. Ich habe alles gehabt und auf einmal landet er in Tokio meine Hauptinsel, Britte. Ich denke mir nur, wie kann das sein, wenn er keinen Stützpunkt in der Nähe hat? Ja, KI kann's. Oh, das riecht mich halt so kacke auf. Kein Spiel nur gefunden, der letzte... Aha, aha, mehr Truppenhorten und so, vergiss es, versenkt. Ich habe nicht so viel Marieninfanterie da, das ist doof. Habe ich nicht immer eine Infanterie? Ja, habe ich. Dann habe ich es gar nicht. Ihr wollt mich nicht zornig erleben, ihr verdammten Amerikaner, ansonsten rollen... Rollen richtig Köpfe. Ansonsten sage ich immer, ähm... Äh, sag mal schnell. Hier so, ähm... Ja, wie sagt man? Schandtaten im Krieg sind scheiße und so, ne? Ich glaube, hierbei kann ich jetzt verstehen, wenn man ausrastet. Und wie schafft er es eigentlich trotzdem, trotz meiner Blockade hier, immer wieder Truppen ranzuholen? Das ist hier dieses typische Kampfsystem, ne? Ja, wir haben Transporter gesichert, wir greifen diese an, ne? Hm, Transporter werden unter Beschuss genommen. Ähm... Ich gewinne dann die Schlacht, er zieht sich dann aber auf die Insel hin zurück. Und dann kann die Truppen trotzdem ausladen. Sehr witzig, Spiel. Sehr, sehr witzig. Na da, und zieht sich hin zurück und kommt an und bringt Truppen hin. Ja, natürlich. Äh, das wird ekelhaft, die kriechen den da kaputt. Gar nicht. Das ist nicht scheiße, den Amerikaner muss man bei der Landung sofort vernichten. Das Problem in den japanischen Inseln ist einfach, ähm... Es gibt so fucking viele. Man kann halt ohne Ende, ja... Ohne Ende hier landen, der könnte auch hier an den Inseln landen, da wäre auch nicht wenig Truppen. Das Fiese ist einfach, es wäre theoretisch gar nicht möglich, dass er da Truppen landen könnte. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich meine, er hat eine Insel in der Nähe, da, aber... Komm, die ist auch weit weg. Wie weit weg ist die? Du bist in Tokio stationiert, also rechnen wir nochmal ein bisschen nach Norden. 500 Kilometer. Ja, knapp dreieinhalb. Was habt ihr als Reichweite? Drei, hätte nicht gereicht. Niemals bis hier oben in den Norden. Also hat die KI immer wieder gecheatet. Mal ganz ehrlich, und dann soll ich nicht cheaten, wenn die KI schon cheatet? So, Lufttransporter brauchen wir nicht. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss Raketentechnologie was machen. Das Fiese ist daran ja auch, er wird es schaffen, diese Insel zu halten. Das Problem ist, auch bei Doomsday war es damals auch so gewesen, über den Landweg ist die Kampfkraft normal. Sobald ich über den Seeweg oder Flüsse angreife, ist die Kampfkraft so eingeschränkt, das hat man danach, glaube ich, in AOD bzw. in Darkest Hour geändert, dass es nicht mehr so krass ist. Und dieses Problem werde ich jetzt auch haben, dass ich eben über den Seeweg hier kommen muss nach Sapporo und wenn er da ein bisschen Haufen Kacke hinstellt, reicht das einfach. Er lacht sich sinnvoll sind. Ey, jetzt geht es ja nicht an, dass er hier die Sapporo-Alpinsel, äh, die Alpinsel, äh, die Alpinsel, ja, die Sapporo-Insel haben wir in Kontakonade hält. Nö. Nur will ich keinem rumcheaten, ich will ja auch cheaten. Kurz den Amerikaner übernehmen, dann ganz seine Truppen herauszuhauen und dann juht es. Ich sehe es, komm, demnächst erobert er irgendwas, äh, hier unten im Sü... Maya? Maya! Dein Joggingflip! Äh, ähm. Ist ein bisschen dreist, finde ich, nicht? Aber solange es dann geht es da hin. Ich sehe es schon, komm, solange es dann geht es da hin. Ach ja, gar nie suchen, gar nie suchen, so. Nächster Versuch. Er wird gewiss scheitern. Aber die habe ich mir versenkt. Ja, jetzt zieht euch... Moment, 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 Moment. Na, Gott. No! 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 Fuck! Oh, fick dich! Was zum Teufel! Wie? Wie? Es ist winning! Wie? Wie? So allmählich wandelt sich gerade meine Stimmung um, die ihr noch halbwegs gut war zu Beginn des Parts, in einen Haufen Kacke. Das Problem ist, man kennt ja den Amerikaner, er wird sich jetzt komplett da festbeißen. Und falls einige auf die Idee kommt, von wegen der Amerikaner kann ich diesen Schiff benutzen, nee, keiner nicht. Das ist kein großer Hafen, der da rumliegt. Dafür habe ich extra gesorgt, dass da keiner hinkommt. Ja, das kriegt jetzt ohnehin eine weitere Truppe dahingesetzt. Einfach so. Fick dich. Wenn es mir mal Leichenstände umgebe, jetzt ist es erlaubt. Besser, wenn nicht alle losschicken. Nachher erobert er noch die nördlichen Gebiete zurück. Das wird hart werden, Fukushima zurückzuerobern. Hiroshima wird einfach sein, aber Fukushima wird ein bisschen hart werden. Fick dich. Der Roß, ich bin halt nur so auf den Sack. Also, Amelie, ich denken sich jetzt wirklich, es ist Zeit, äh, Japan, ne? Dass du abnippelst. Und ich sage NOO. Aha, wenn Markus dieses Videos jemals sehen würde, ey. Schämfulde Display! Wo war das nochmal? Ach, er für den Shogun, genau. Aha, sehr gut. Hauber General ist von der Battle-Fier-Stadt auf ein schämevolles Display! Ich kann doch keinem erzählen, was dir gerade passiert mit mir. Ah, von daraus komme ich noch nach Osaka. Gut zu wissen. Fukushima... Fukushima sage ich schon. Warum sage ich Fukushima? Weil er Fukushima steht. Fukushima ist hier im Norden, verdammte Kacke. Das ist Nagasaki. Nagasaki? Ja, komm. Na. So, ein Gebiet schon mal zurückgeobert. What? Was war da los? Da war eine Trägerflatte. Bestimmt, das ist ja einer der Pupsträger. Ja, mein Wier. Alter, das geht doch nicht an, wie schnell der Truppen da anhäuft. Ich kann es ja nicht mal aufhalten. Alter, ist das fies. Ich kann es nicht aufhalten. Ich finde es witzig, dass du da neun Divisionen hast, aber nur mit vier greifst du an. Ja, jetzt ist es schon ein bisschen logischer. Ähm, Transport in der Nähe. Ja, da. Ja, da. Ah, tschüss. Ich krieg die Krise, ne? Der oberen mir die ganzen kleinen Inseln. Ja, und jedes Mal, wenn ein Transporter durchkommt, äh, kommen mehr Truppen dahin. Das ist der Wahnsinn. Das ist, ne, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das Spielen ist ab jetzt von, ja, gucken wir mal, in extrem scheiße geworden. So, Hiroshima haben wir wieder zurückgeobert. Die Frage wird jetzt sein, ob ich die kleinen Inseln hier bei O-Bahn bekomme. Das wird extrem hart werden. Oh mein Gott, warum kriegst du so ne riesen Einblendung, dass der USA jetzt den Hierarkic erklärt hat? Was interessiert mich das? Hä? Sag mal, bist du blöde? Go home, you drunk? Gekacken? Fick dich und so? Ich siehst schon, komm, ich werde acht Jahre lang solche Defensivkriege führen, bis ich alle die wie so ein Amerikaner vernichtet habe. Und erinnern wir diese Revolten. Nerv, nerv, nerv. Und jetzt liegt es, dass es sich zum Kotzen wäre. Wichtig ist das, was keine Serie jetzt denjenigen Dollargt werden. Nein, das ist doch alles in Ordnung, alles super. Die K.I. ist einfach nur scheiße für den Spiel. Eine Sache, die Paradox jetzt zum Glück über die Zeit besser hinbekommen hat, die K.I. zu verbessern. Ich mein, die K.I. ist ja richtig scheiße. Oh hey, ich hab die Provinzumme eine Zeit lang wieder erobert bekommen. So, hier auch schon mal gehört wieder Mia. Jetzt hat mir Nagasaki-Zugzonen die Flotte zu versenken, die da rumhängt. Aber sie ist ja schon kaum, ne? Nein, das wird nicht unmöglich sein. Moment, Moment, wo gehst du da hin? Fick dich, ich weiß ganz genau, was da ist. Zurück mit dir, du Penner. Habt ihr's gesehen? Kaum war ich weg, ist ne Flotte langgekommen. Alter, der trollt mich, der Typ. Der trollt mich doch nur. Der mobbt mich doch. Buna? What? Jetzt gehst du... Jetzt macht er hier... Oh, hi. Jetzt macht er ja endgültig Rampage, oder was? Rampage! Mein Transporter noch da? Ja, ich könnte die Truppen zu einem Quartier. Mal schauen, wie groß die Immersionsflotte da sein wird. So, ihr verdammten Drecks... Piss... Amis... Es wird Zeit... Wie, was, wie, wie? Wie, Reichweite-Mission gibt's keine Ziele? Was ist das denn da? Willst du verarschen? So, jetzt geht's, ne? Wenn ich's selber anwähle, dann geht's. Ah, ja. The fuck? Go home! Na wohl, home gehen kann ja nicht mehr. Er ist jetzt gefangen und wird, ja... Ist ja klar, was mit den Amerikanern passieren wird, ne? Mit den Überlebenden. Markus, Befehl an dich! Wir brauchen mehr Leichentenschuss! Ich hab hier zwölf Infanteriedivisionen der Amerikaner, ähm... Und Bomberpiloten hab ich auch noch erwischt! Ich brauche mehr Leichentenschuss! Die werden alle vollgestopft! Was ist denn das? Ist klar! Es geht die Hinsen nicht zurück, oberhalb. Witzig, verarschen! Boah... Amerikaner geht das ganz locker, wenn der Panzer den Wieser einsetzt, ne? Aber ich? Nein, nicht niemals. Warum auch immer ich? Llelelelelelelele! Du kannst wieder eine Krise bekommen. Wisst ihr was, Leute? FFFFFFFFFFF Die Szenerie ist sowieso schon hier total verzweifelt, ähm, wir beenden hier einfach mal. Die Truppen hier kriege ich eh nicht erobert und das sieht sich wahrscheinlich auch nicht so aus, ob ich sie besetzt bekomme. Wir sehen uns beim nächsten Parts wieder. Wenn ich mich ein bisschen abgeregt habe und hoffentlich auch mal ein bisschen zurückschlagen kann mit Cheats. Ich warte auf eure Antwort. Bis dahin, tschüss!